Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel. Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier war, die Beinbefehl zu wiederseiten! Der Angriff Steiner hat mit Belogen! Jeder hat mit Belogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nicht zweit als ein Haufen niederprestiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Nicht als Feiglinge! Verreter und Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmäusch des deutschen Volkes! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu larnen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär mal eine Aktionen nur behindert! Es hat mich jeden nur als witzige Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan! Von Jahren alle Höreroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt! Ganze Robber erobert! Verreiter! Von allem Anfang an, bin ich so verraten und betrogen worden! Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Richtenberg-Malsdorf-Karlshorst gelangt! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verreiter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, Gerne, jetzt beruhig dich doch! Ohne Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Ich würde sagen, die Rolle wäre, wenn wir besser als Team executieren, wir bekommen mehr Befehle, nicht die Ball über so viel, zu tun in der Red Zone, wäre es eine bessere Team! Overall, die Rekord spricht für selbst! Wir wissen, was das ist! Und meine Gefühle über es sind, die Rekord spricht für selbst! Aber die Rekord spricht für selbst! Ich glaube, das Team hat versucht, es zu viel zu tun! Ich glaube, sie hat es ihre Besten! Ich glaube, ich habe es mein Besten! Aber manchmal ist es Ihr Besten nicht gut genug! Es war nicht gut genug! Es war nicht gut genug! Ich glaube, ich habe es versucht,